Und der junge Mann, der jetzt kommt, den durfte ich mal als Paten begleiten. Er spielt einfach unfassbar viele Instrumente und wandert sich seinen Weg und ist einfach so wahnsinnig jung und cooler Typ und der spielt jetzt einen Song mit uns. Deswegen möchte ich einen fetten Applaus für den Levent. Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.